Wir kommen zurück, mitten im Kampf und gucken mal was jetzt passiert. Drei neue Gegner nur, das ist ja recht überfaubar. Okay, da kommt einer hoch, das ist nicht so toll. Hey, dicht. 105 Schaden. Das mag ich nicht. Das Schild nicht. 105 Schaden, ja wir können heilen. Okay, von mir aus. Was wird das, wenn es fertig ist? Die müssen wir auf jeden Fall heilen. Ich renne einfach mal durch alle durch. Soweit, dass niemandem schadet. Bei 70% Heilung macht sie das. Das ist überlebter, die können wir dann heilen. Kein Problem, hoffe ich. Nee, ist kein Problem, Punkt. Und da kommt dann neue. Was kommt denn hier? Weil ich kühne, das ist nicht so toll. Sollte ich noch ein bisschen Abstand durcheinander haben. Weil mehr kommt halt, das ist nicht. Abballern tue ich ihn jetzt auf jeden Fall noch nicht. Bis ich vielleicht den Hammer holte ich machen, dafür muss Luigi weggehen. Und der hier, weil du kannst auch nochmal hier einmal durchrennen. Das heilt er mich auf jeden Fall ein bisschen. Und ich kann da runter. Vielleicht kann sie dann töten. Die Heilung brauche ich ja dann sprechen, nicht mehr von Peach. Weg damit, genau, sehr gut. Weg mit dem Abschaum. Ja, mach ich mal. Kann ja nichts rum wieder. Okay, jetzt nicht wieder den Schild. Ja, ja, das macht halt nur... Also du musst deine beiden Leute auf jeden Fall weg... Oder du musst nur Luigi wegbringen. Aber halt auch Luigi heilen. Mhm. Also du musst jetzt einfach heilen, aktivieren. Größter Heilung. Ja, genau, passt. Perfekt. Und dann auf jeden Fall von Luigi abspringen, nachdem du gedavht wirst. Ja, kannst du noch irgendjemand dashen? Wünscht. Ich glaub nicht, ne? Naa. Ja, dann spring einfach auf Luigi auf jeden Fall. Und dann Kahn, versuch den Typen da abzuballern. Würde einfach mal behaupten. Ah, da war's ab. Ah, geh. Das werden wir küren. Na, ist okay. Das werden wir küren. Das werden wir küren, ja. Dann geh da hin, ja. Ja, den Typen krieg ich schon. Aber versuch einfach mal, den Typen da hinten zu treffen. 30% Crit, 50% überhaupt treffen. Eins von beiden ist eingetreten. Das ist nett. Immerhin. Ja, der Typen muss weg. Da kann ich sogar los. Ja, dann mach das. Oder kannst du hier hin? Nee. Ich bin weg von dem Küren. Geh am besten ein bisschen nach hinten. Ja, genau da hin. Aber ja, genau. Und dann kannst du eigentlich auch den Blick aktivieren. Ja, auf jeden Fall den Blick aktivieren. Oh. Dann sollten wir eine, weil Küren auf jeden Fall totkriegen. Ja, und versuchen, ob du den da hinten vielleicht triffst. Mhm. Aber bei anderen Gegnern gibt's gerade ja auch nicht. Ja, schade. Aber ist okay. Wobei... Naja. Oh, ich kann. Das kannst du vielleicht. Ja, das Schild bitte auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Ja, okay, ist okay. Okay, okay. Autsch. Man sieht nichts. Okay, es kommt ein neuer Gegner. Was kommt da raus? Ganz wichtig. Mal gucken, was da rauskommt. Hoppsa. Verteidiger. Hoppsa. Entspannt. Nein. Ja. 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 Ja, gut. Der Under hat auch Scham bekommen. Das hier im Protektor. Aber komm, kommt auch mal mehr den Protektor aktiviert. Okay, die hat keine Scham bekommen. Ist okay mit demjenigen, da kommen keine Gegner. Dann stelle ich mich einfach mal hier in Sicherheit. Weil umrennen kann es aktuell niemanden mehr. Ist keiner da, da kann ich jemanden umrennen. Makes sense. Das schaffen wir auf jeden Fall. Aber ich kann nicht einmal sagen. Da kommt irgendwas raus. Hätte ich eh gehabt. Lava Hoppsa. Da ist ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. Na ja. Um den kümmerst du dich schon? Wenn du da saßt. Ja. Wenn du da unten saßt. Hm. Na auf jeden Fall nicht da hinstellen. Weil das nicht. Ja, da oben drauf. Also das glaube ich einfach. Da an die Deckung oben. Andere Deckung genau. Ja. 100. Das war aber noch ein bisschen. Bitte. Oh, das sieht gut aus. Die da auch raus sein. Okay. He he he. Ja. Kannst Peach beenden. Ich dachte sollte sie dann bekommen. Einfach runterlaufen und töten. So halt. Sprossbrunter unten im Gegner? Ich glaube nicht. Ne. Okay. Dann stellt den einfach da hin. Und schießt die ab. Wird schon passen. Freund Gesicht. He he he. Und. He he. Herr Pizzasch. He he. Immer was ist möglich. Irgendwann mach ich es aus. Ja. Aua. Der bin ich auch weggestoßen gerade? Mhm. Wie ist denn los? Auch weggestoßen. Ja. Das war es wohl noch. Neun Gegner? Hä? Noch neun Gegner? Ja. Du. Ich kann auch nicht mehr. Nee, keine Gegner mehr da. Okay. Die drei Säcke. Die drei Deppen. Von der Tagestelle. Oder so. Bah. Dipp. 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 Oh oh. Auf jeden Fall ein Heilsprung. Die Dame. Was kommt da jetzt wieder? Mal direkt nachgucken. Valkyre. Valkyre. Was nix? Hm. Jetzt schon kein Bock mehr. Fühl ich. Ne. Was nix erstmal. Okay. Dann hol ich mir erstmal hier ein bisschen was zurück. Da kommen die Valkyren raus. Da kommen die Valkyren raus. Hm. 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 Da da. Da 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 da. 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 Das. Da. Da. Ein bisschen Sorgen um Peach, um ehrlich zu sein. Passt schon. Ja, lustig. Wenn du es wirklich machst. Ja. Eisenblick. Mal gucken, Peach. Kann auch wieder ein Schild aktivieren. Kannst du dein Auto hochschicken? Weg damit. Geh ruhig jetzt runter zu meinem Kumpel da. Ja. Vielleicht irgendwo. In die Ecke verkriechen. Ja, mach das. Keine Ahnung. Stell die einfach irgendwo hin. Mach sie in die Schild und tauch mir auch das Beste. Auto schicken kannst du nicht, weil keiner mehr da ist, ne? Ja. Okay. Noch sechs Gegner. Peach ist tot. Noch nicht. Gott. Ich hätte nicht eigentlich in einer Barrikade stehen bleiben können. Erst hab ich jetzt tot. Hey Luigi, räche sie. Komplett aufgebraucht bin. Ja, wenn das auch Rache ist, ok? Der ewige Kreislauf der Rache. Mhm. Aber schon da hast du fast zwei gelernt. Ja. Rackspiel. Und wieder nur zwei Gegner. Hopps da. Hopps da, ok. Erst kann der Peach bestimmt heilen. Jupp. Gut. Ah, da kommt noch was. Kommt da. Beteiliger. Jo. Töten würde ich sagen. Komm, crit. Danke. Ja, was kannst du ja machen. Was kommt hier um die Gegner? Ja. Bleib halt da. Heilen. Ich bin lange nicht heilen auf jeden Fall. Ich kann über dich mitteilen. Sehr gut. Also dich meinst du? Hm? Du kannst dich mitteilen. Ja, ja, stimmt. Luigi. Oh, jetzt geht's mir gut. So, was kann man denn machen? Nein, nun kann ich nichts machen. Sehr hervorragend. Das ist dumm. Hm? Das ist dumm. Wobei, dann kommt der Verteidiger runter und dann könnte die ihn boxen. So, noch vier Gegner? So. Kann auch so schicken. Nee, kann ich nicht. Äh, äh. Luigi, was kann der machen? Ja, weiß ich nicht. So, Problem mit den Gegner zu sehen. Wo sind Gegner? Haben wir noch Gegner? Nö. Es sind die drei, die jetzt spawnen in der nächsten Runde. Ja, weiß ich nicht. Ist ja dumm. Kann du geh eins nach links oder so? Dein Wunsch ist mir viel. Ja, dann. Mach mal. Und der Gegner. Nee, Leute. Oh oh. Oh, bin ich da unten? Hi. Nein. Bitte. Wie du seh, schon verloren. Ich werde doch nichts auf die rausbringen. Verschwendung. Verschwendete Lebensmühe. Okay. Mach ich dich von meinem Kamm befreien? Ich mag Kamm im Gesicht. Was? Ja, gut dann. Was? Der Kollege macht nichts. Einfach nichts. Was mit ihm boxen. Den Sack. Da kommen sie noch näher. Oh, jetzt treffe ich den unten sogar. Leider nicht. Ja, dann mach mal. Bring's zu Ende. Auch wenn nur drei Gegner da sind. Okay, ich bring's zu Ende, Mann. Ich weiß noch nicht so ganz wie. Weiß nicht. Sniper und hellen Licht. Wenn ich hier in Stelle bin ich schön wieder. So war das doof. Ja, der verstanderte Typ bewegt sich ja nicht. Hä? Der verstanderte Typ kann ja nichts machen. Ach er ist. Der kann den Peach durch umrennen. Ja, schieß auf ihn. Hast du mit Glück? Sehr gut. Und die Sicht aktivieren. Dann haben wir es gleich geschafft. Kann man ein Gesicht. Passiert. Auch Typen dürfen das dann. Ja. Nee. Nee. Oder doch. Ich hab Kamm im Gesicht. Ich kann nicht schießen. Ja. Mann. Kamm im Gesicht ist doch ganz schön stressig. Wo soll ich hier nicht? Ich hab Angst. Ich hab gar nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Wo halt? Ist doch egal wohin. Ecke. Auf der Hauptsache keine Deckung. Ja, geht ja nicht, ne? Habt ja springen können. So. Warum? Okay. Okay, noch einer würde ich sagen, dann noch einer würde ich sagen. Kannst du jetzt umrennen? Nein, nein, du kannst dich nicht umrennen. Muss ich das wohl zu Ende bringen? So, ähm, so. Ja. Na dann. Let's go! Die andere Augen stürmen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ich meine die andere Akteure. Aber ja, Remar ist egal. 20 Minuten, perfekt. Noch eine Mission, glaube ich. Ja, ist dann wahrscheinlich ein Bosskampf gegen Bowser Jr. Oder mal gucken, jetzt haben sie sich ja viel, viel was anderes ausgedacht. Bei Bowser Jr. hat auch schon irgendwie eine andere Art Bosses und Miniboss. Aber mal gucken. Ich könnte mir, wie gesagt, auch das Trio vorstellen rund um, naja, Vary und Valuigi. Aber gut, das finden wir nächste Folge raus. Bis dann und Ciao. Tschöä.